Okay, dann geht es ja mal weiter. Ahem. Ja. Ich zieh da mal 75 ab, ey. Phasenklinge. Volle Kampfkraft. Das war stark. Oh, wir haben ja gleich schon wieder ein Level up. Holy. Ey, das ist eine Truhe. Okay. Ah, verstehe. Halbwegs. Okay. Äh. Komme ich nie von hier hoch? Ähm. Okay. Das war's für heute. Nur 36? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich drück irgendwelche Knöpfe, es wird schon richtig sein. Nein. Nein. Das ist so stark. Das war's für heute. Das war's für heute. Das klingt nach mir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh oh. Okay, sowas wie Gravitas, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nice. Ich hab' keine Ahnung, was ich hier gemacht hab', aber es war richtig anscheinend. Das war's für heute. 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 Dramatische Musik Oh. Das war's für heute. Ich hab' keinen Sektor, was ich hier. Da war's für heute. War's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ich hier sehen? Jeey Oh je Was Warte mal Was ist die Phase Warte mal Warte mal Das muss ich kurz überlegen Wenn ich den jetzt da hinschieße Dann so Oh ne ich muss das ja weg machen Knallt er dagegen die Ecke Warum geht er nur bis hier Ach weiter als hier geht es gar nicht Okay Ah okay dann verstehe ich Okay Dann ist easy Ich dachte der geht hier auch drüber Deswegen habe ich mir jetzt gerade Gedanken gemacht Ein Notenblatt Oh Wer hätte das gedacht Sowas werbvolles Komm Ich mach einfach mal volle Kanne Jetzt müsste auch ein Level up sein Oh ja Nice Okay die Level steigen hier gerade sehr gut Boah der Magieangriff ja mega wenig Ich habe ich gerade gesehen Machen wir den Magieangriff hier auch nochmal höher Wir wurden schon wieder abgekoppelt Wow Jetzt sind hier Meteoriten drin Wir sind denen hier reingekommen Blöde Fragenpaket Das geile ist Ich weiß einfach nicht wo es hingeht Ich weiß nur dass der Hintergrund sehr schön aussieht Woher kommen die ganzen Teile Was soll das Wir sind gerade nicht gleich Wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier Etage Nummer 3, okay. Sonnenball. Schon wieder diese blöde L-Kugel. Aua. Wie, ich hab keine Mana mehr? Was soll das? W cleared. Okay. Hüi, okay. Okay. Immer noch keine Mana. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das könnte wehtun. Das würde ich mir eigentlich für den Kampf immer aufbewahren und nicht hierfür verschwenden. Ja, das blöde Schild. Ich habe es mir gedacht. Ja, das ging ja noch. Okay, das war stark. Okay, wir laden mal ein bisschen die Mana hier auf. Auch mal mit Ymir, damit er wieder ein bisschen heilen kann. Jaaaa! Ah! Ah! Plasmadolche. Wow. Jetzt habe ich eine viel stärker. Okay. Okay. Warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, bei dem können wir nicht gewesen sein. Oder doch? Warte mal, das war der Fahrstuhl. Mist. Wir müssen glaube ich nochmal hoch. Oh, diese Sequenz. Mist. Wir müssen nochmal hoch. Okay. Weil es so schön war, sehen wir uns das Ganze nochmal an. Wann ist man mal nicht im Weltall, ne? Also. Müssen wir nach ganz links jetzt. Okay, ich verstehe. Oh. Oh. Oh-oh. Ich befürchte Schlimmes. Sehr schlimm sogar. Wolkentönen. 3D-Drucker Verkaufsautomat online. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Wow. Okay. Surf & Turf. Das meine ich, das ist alles, aber wir haben ja auch noch ein paar Sachen zu verkaufen. Aber, gut. Warte mal, dann holen wir das jetzt. Ja. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. 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 Ah. So. Jetzt sind wir hier. Nur 140. Das meine ich. Guckt euch an. Wie soll man denn... Ei, 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 ei. Ja, ne. Diese Plus 5 vorliegen wir jetzt nicht. Ne. Aber das Surf & Turf will ich vielleicht nehmen. Ta-ta-ta-taki. Ta-taki. 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 Das ist immer sauteuer. Aber wann kommen wir hier mal wieder hin? Obwohl, weit ist der Weg ja nicht, ne? Ah egal. Ich mach einfach zwei Speicherpunkte. Falls ich irgendwann... Ah ne. Irgendwann mal doch noch so ein Rezept haben möchte. Wolken töten. Zack. So. Hey. Ah. Oh, oh. Das sieht nach einem starken Gegner aus. Wow. Oh, die sieht so gruselig aus. Was ist mit dir passiert, Zerai? Hier drüben. Das ist... Der Katalysator. Ich hab ihn mir irgendwie cooler vorgestellt. Eindringlinge in der Kommandozentrale. Gefechtsmodus aktiviert. Das ist R2-D2. Ähm. Breitseel. Allerdings. Wiederholer. Sind die sitzen geblieben? Ja. Du bist versteht. Ich hab ihn entspricht. Oh. Ich hab ihn nicht mehr auf. Was sch 140 Jahre. Du bist. sind jetzt 4 ok immerhin behalten wir die kombopunkte das ist schon mal nice montrant das war nice warum immer auf die aufwärm schon drei kommen es sei voll verkackt er verbraucht auch zwei der sonnenrang jetzt noch mal montag ein oh 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 Nice. Aua. Sini Kudos. Ja, da sind ja ein paar mehr. Dann machen wir direkt Combo-Feuerflamme. Okay. Ja, komm. Feuersäule. Ah. Ah. Das war stark. Oh, das hat aber ganz knapp überlebt. Ähm. Ich glaube, wir machen die Seite direkt kaputt, oder? Ja. Schon mal ein Feind weniger. Ähm. Oh, das war stark. Aua. Wir haben keine starken Gruppen hier, ne? Okay, nice. Ähm. Ähm. Oh. Bevor ich jetzt eine böse Überraschung Bekommen, mache ich einen Tausch mit Ihn und setz Regenrausch ein Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich das Ding jetzt zerstöre, dass eine Riesenattacke kommt Deswegen Soll ich das einsetzen? Ja Weil vielleicht können wir dann auch noch die Super-Kombo einsetzen Und vielleicht kriegen wir das Ding jetzt zerstört Wenn wir die Zeit jetzt extrem zurücksetzen Okay, das ist schon mal gut Kriegst du direkt einen Sonnenball ab Mondrang auch noch Mist, es hat nicht gereicht Okay I'm so smart Okay Feuer und Flamme Wow, und die Erde Nice Die Attacke ist auch saustark Sarai, bist du okay? Ich erinnere mich Seelenkurator Hä, was ist passiert? Das spielt jetzt keine Rolle Überprüfen wir das Steuermodul Das hier erzeugt offenbar die Wolken, aber Ich habe so etwas Kompliziertes noch nie gesehen Cedric, sag mir, dass du etwas hast Scannen Negativ Verschlüsselung Zu komplex Ich kann nichts damit anfangen Toll Zerstören Biest Tut mir leid, Sarai Meine Leute waren Baumeister und Magier Die Wunder der Technologie sind mir ein Mysterium Wir waren so knapp dran Oh mein Gott Kleine Kugel Verzeihung Auf ein Wort KI-Kern Hey, seht mal hier drüben Der Katalysator ist noch am Leben Bitte Einen Moment Ich bin nicht böse Ich wurde gegen meinen Willen gezwungen Im Katalysator zu arbeiten Und ich muss sagen, es war eine schreckliche Zeit Kannst du uns helfen, die Wolken zu stoppen? Würde ich gern Glaub mir Boah, diese Geräusche Aber leider habe ich nur die Funktion, Seelen mit Maschinen zu verbinden Meine Datenbank enthält allerdings zahlreiche Pläne in Bezug auf die Himmelsbasis Kannst du sie uns geben? Leider ist alles verschlüsselt Der Zugriff ist beinahe unmöglich Ach ja Und wenn ich Es hat funktioniert Nur ein Haufen Dokumente und kompliziertes Design Komplizierte Designs Hier gibt es nichts, womit man die Konsole direkt bedienen könnte Technisch begabte Ingenieure könnten die Kernfunktion von Plänen und Skizzen ableiten Empfohlen Aktionen klügere Leute finden Da muss selbst ich muss da lachen Hey, was ist mit Kale und seinen Freunden im Uhrwerksschloss? Die sind ziemlich gut in sowas, oder? Ist ein Versuch wert? Oh, jetzt wieder zurück? Einen Anhaltspunkt, vielleicht können sie den KI-Kern auch hacken Du kommst mit uns Bitte Zeit behutsam Okay, Zeit eine Weile in die Heimatwelt zurückzukehren Der Zugang zum Sternenmeer liegt im Südosten der hochheiligen Nadeln Direkt in der Nähe befindet sich eine Tempo-Kugelstation Beilen wir uns Wo ist eine Tempo-Kugelstation? Ist hier noch eine Kiste, oder irgendwie sowas? Ist das hier nicht eine... Das sieht ja auch aus wie eine Tempo-Kugel Es ist so schön Oh, das Hin-und-Her-Reisen hier zwischen den Welten jetzt auch noch Aber gut, wir haben es irgendwie geschafft Bin da schon mal gut Mal sehen, wie ist es mittlerweile so in der... Zurück in die Heimatwelt Wie ist es so mittlerweile in der... Oh, jetzt habe ich... Verdammt, egal Da ist die Tempo-Kugel Wo geht es hier hin? Okay, da ist auch noch ein Savepoint Okay Eingang zu Sea of Stars Äh, achso So weit haben wir ja auch fast alles aufgedeckt, oder? Naja Kriegen wir jetzt wieder so eine coole Sequenz Da müssen wir hin Okay Zu wem wollten wir nochmal? Ach ja, zum Uhrwerkschloss, genau Stimmt, ja Ich habe schon wieder vergessen, wo der Weg hier hin Ob es da irgendwie eine Abkürzung oder irgendwie sowas gab Vor allem, der Turm müsste doch total zerstört sein, oder? Ach, guck mal hier Ui Nice Das lasse ich mir nicht hingehen Zumindest sind gerade keine Gegend Gegner hier Wir kommen gleich wieder Ich gehe mal kurz eben Hier ging es doch zu der, ähm Frau da im Turm, oder? Zu der Es geht noch höher, okay Der tragbare Rädertisch ist fertig Ich brauche nur noch Käufer Oh Reapine sagt ihr Auf einem anderen Planeten Interessant Der tragbare Tisch gehört euch für 200 250 Das mache ich vielleicht später, wenn ich das Räderspiel wirklich kompletieren möchte, aber ne Ah, ah Ah, ah Jetzt nicht Nee, nee, nee Mh, mh Nee, 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 nee Ah, ah Hey, wie läuft's so? Mein Beileid übrigens Wir hätten ja an der Zeremonie teilgenommen, wenn das Verlassen des Schlosses nicht unser Tod bedeuten würde Schon gut, mach dir deswegen keine Gedanken Wir brauchen deine Hilfe, Kale Klar, warum geht es denn? Lange Geschichte, etwas über eine Maschine Oh, ich liebe Geschichten Und Maschinen ebenfalls Schießt los Früher in Serais Welt Es war einmal eine Serai Die sah so wunderschön aus und wurde dann zu einer KI Und eine Vereinigung von Sonne und Mond ist unsere einzige Chance, den Eremiten der Schmerzen zu besiegen Verstehe, deshalb mussten wir so viele Kondensatoren herstellen Und den Kern des Katalysators, ich dachte ich würde ihn nie selbst sehen Verzeihung, aber es heißt immer noch KI-Kern Ich habe keine Verbindung zum Katalysator Wir wissen, ihr könnt das Schloss nicht verlassen Doch wir haben gehofft, dass ihr anders helfen könnt Es gibt immer einen Weg, doch wir brauchen Zeit Oh, und außerdem den Zauberfolianten Reißt einfach die benötigten Seiten heraus Ihr müsst auch während eurer Arbeit Aufzeichnungen machen können Wir werden sofort beginnen Gebt ihr uns ein paar Tage Zeit Was auch immer nötig ist Wir nutzen die Gelegenheit und besuchen ein paar alte Freunde Dann zieht los Wenn ihr zurückkommt, sind wir fertig Okay Alle mal herhören Wir haben eine Menge zu tun Und hier Zutritt gewährt Es funktioniert Gute Arbeit Kale Und jetzt haben wir auch Zugriff auf die geheimen Katalysatorpläne Extraiert alles Bin dabei Bitte seid berutsam Guck mal, die Freunde sind so alt, dass sie sogar schon unter der Erde liegen Ist das die Ruhestätte des Kriegerkochs Ja, er liebte diesen Baum Einmal hat er aus seinem Herz Ah, aus seinem Herz Aus seinem Herz köstliche Marmelade gekocht Garl hat uns stets mit Köstlichkeiten versorgt Klingt nach einem guten Freund Den besten Du meinst, deine einzige Funktion wäre die Vereinigung von Seelen und Maschinen gewesen? Alles war automatisiert Ich habe nie verstanden, wieso man mir ein Bewusstsein gab Die ganze Sache war sehr verwirrend Ein weiterer grausamer Scherz Nun, du bist jetzt frei Wie wäre es mit einem Neubeginn? Ja, eine angenehme Vorstellung Du hast das Recht Alles fügte sich zu den fehlenden Teilen zusammen, die wir gesucht haben Spitze, dann bauen wir mal ein Dann bauen wir mal im Elite-Tempo Los Bam-ba-di-dum-ba-di-dum-ba-dam-ba-di-dum-ba Ja, was ist denn hier los? Mirs Mirs-tastisch Ich traue meinen Augen nicht Ich wünschte, ich hätte mehr mit Richard gesprochen Sein Wissen über Alchemie ist einzigartig Tut es weh, wenn du getroffen wirst? Nicht körperlich Es nagt an meinem Geist Doch ich bin äußerst entschlossen Sehr interessant. Ich sollte ein gutes Wort für dich einlegen. Ein gutes Wort? Wenn diese Reise vorbei ist, suchst du womöglich nach einer Bestimmung. Sollte das geschehen, geh zum Ältesten des Nebels. Der Älteste des Nebels. Er ist doch selber Nebel. Schall und Rauch. Pam, bari, dam, bari, dam. Sollte doch ohnehin nur ein paar Sekunden dauern, oder? Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Komm schon, dieses Mal ist es für einen eine gute Sache. Du hast die Instruktion selbst gesehen. Die Himmelsbasis können sie mit Sicherheit nicht alleine umprogrammieren. Sie können es nicht tun, du weißt, es ist der einzige Weg. Wenn du das für uns erledigst, verspreche ich, dass wir dir eine neue Gestalt geben. Wollen wir gemeinsam eine Welt retten? Ich denke ja. Na bitte. Und unser Design ist ziemlich clever, du willst schon sehen. Laden, ladet es hoch. Bin dabei. Bom, ba, dam, ba, dam, ba, dam. Okay, jetzt wird es ein bisschen viel gerade. Ein bisschen viel. Ein bisschen. Guten Morgen. Hier, in mir schläft es sich so viel besser. Es ist einige Tage her, Kel sollte bereits fertig sein. Stimmt, wir sollten nach ihm sehen. Jetzt starten wir von hier. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hätte Garl alles für uns zubereiten können. Aber jetzt ist der Idiot ja nicht mehr hier. Jetzt verhungern wir wegen ihm. So viel Essen und wir wissen nichts damit anzufangen. Ältester Moraeins Haus. Dann gucken wir da. Oh. Moraeins Büroschlüssel. Ich hätte es schon früher aussprechen sollen. Aber ich bin wirklich stolz auf euch. Ich denke, ich finde mich langsam als Dorfältester zurecht. Warte, wofür ist der Büroschlüssel? Ist der für... Für die Stadt? Wo wir ganz am Anfang gestartet haben? Hm. Immer diese Marionette mit dem Anmarsch hier. Oh, Pläne für Fischhütte. Jetzt brauchen wir noch einen Angler. Fischer gesucht. Na toll. Vielleicht im Brisk könnte ein Fischer sein, eventuell. Ich würde gerne, weil wir haben ja jetzt den Büroschlüssel. Also bevor wir jetzt noch mal zu Kale zurückgehen. Oh, okay. Perfekt. Also das wär's. Ich bin bereit. Oh, du bist bereit. Das lassen wir uns nicht entgehen. Aber wir haben nur das eine Exemplar. Also kombinieren wir ganz einfach. Kombinieren. Wir waren immer zusammen. Wir lassen dich sicher nicht alleine vorziehen. Aber hier drinnen wären... Da ist genug Platz für uns alle. Oh mein Gott, was haben die vor? Ein gemeinsames Bewusstsein. Das schadet dir nicht, Kale. Du warst immer viel zu ernst. Seid ihr sicher? Das ist irreversibel. Denkst du, wir haben uns nicht abgesprochen? Du bist nicht der Einzige, der den Kriegern der Sonnenwende helfen will. Und was, wenn du es allein nicht hinbekommst? Okay, Primärfunktion aktivieren. Es ist Zeit. Wir schaffen das. Seid mutig. Gemeinsam sind wir stark. 800 Angriffe für jedes Monster. Aber wir haben keinen Platz mehr. Ich dachte, vielleicht kriegen wir noch einen cooleren Biest irgendwie. Aber anscheinend nicht. Kale, sie bauen noch einen Katalysator. Jemand da? Hey, ein wenig Hilfe, bitte. Den Öffner, wir werden ihn hier drinnen anbringen sollen. Nicht draußen. Großes Versehen. Aber im Großen und Ganzen nicht schlimm. Hey, tut das nicht. Erwischt. Ich sehe keinen Öffner. Oh, ist das der große Kerl? Schlag auf die Kapsel, fest. Schon besser. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Uhrenfrosch. Die Sicht funktioniert einwandfrei. Der Geruch auch. Tut mir leid. Kale? Äh, ja. Du bist also Kale. Nun teilweise. Das könnte ein Problem werden. Wir sollten uns vereinigen. Neuer Name. Einzelner Name. Einzelner Sprecher. Kale sollte führen. Ja. Nun. Oh, ich weiß es. Ja. Einverstanden. Okay, Zeit für unseren großen Auftritt. Vergess die Pose am Ende nicht. Ja, genau. Du musst die Sachen machen. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Lange haben wir geschuftet. Um Handwerk und Kunst zu perfektionieren. Zahllose Tage führten uns an diesem Punkt und nun konnten wir uns an Bord unserer eigenen Kreation aus diesem Zeitgefängnis befreien. Vereint werden wir weiterleben. Unsere Kreation soll dem Wohl der Leute dienen. Und den Bösen in den Hintern treten. Ich bin die Vergeltung. Der ultimative Ingenieur. Die Inkarnation eines Genies. Ich bin der Handwerker. Der Handwerker. Moment, ihr seid also alle da drin? Das war so cool. Lasst Kale das Reden übernehmen. Lang lebe der Handwerker. Angenehm Handwerker. Ein sehr guter Name. Danke euch allen. Hey, also wir dachten, ihr könnt und ein paar Pläne für uns durchsehen. Nun, eins führte zum anderen und es ergab sich ein Weg in die Freiheit. Das nutzen wir. Ich. Außerdem muss ich selbst mitkommen. Die Aufgabe ist viel zu komplex für euch Typen. Nichts für ungut. Ich bin in naher Zukunft nicht kampftauglich, aber ich kann die Himmelsbasis säcken. Bringt mich hin. Dann halte ich euch die Wolken fern. Danke, Andy. In naher Zukunft. Und was ist jetzt? Wir haben einen Spitznamen. Dieses neue Leben ist klasse. Hey, still. Oh, tut mir leid. Okay, dann übernehme ich. Tut mir leid. Bitte geht voran. Handwerker hat sich die Gruppe angeschlossen. Okay. Leidert nur Unterstützer. Ich hätte ihn jetzt cool gefunden nochmal als... Als, als... Sag schnell. Als... Ihr wisst, was ich meine. Als Kampfgefährten. Aber. Mein Gehirn ist Matsche. Deswegen speichere ich jetzt ab. Haben viel geschafft. In dieser Folge. Der Handwerker ist auf unserer Seite. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ob ich heute noch eine Folge aufnehmen, weiß ich nicht. Eventuell ja. Ich hab zwar noch Bock, aber ich bin ein bisschen platt. Und... Ich finde, wir haben Main Story schon mehr als einige gute Stunden hinter uns gebracht. Es fühlt sich... Ja, ich weiß nicht. Wenn jetzt das Ende kommen würde, das wäre so... Also da ist noch Potenzial noch viel da, dass noch viel passieren kann. Wir haben noch hier... Brue Grace. Wir haben hier diese Alina oder wie sie heißt. Dann haben wir dann nochmal diese drei... Äh... Kultisten oder was das da war. Da haben wir, ähm... Hier... Den bösen Typenbruder von, ähm... Rishan noch übrig. Ah, da ist noch Potenzial eigentlich nach oben, ne? Außer es kommt jetzt auf einmal alles... Gequetscht. Was ich aber nicht glaube. Egal, das war es mit dieser Folge gemacht. Gut und auf Wiedersehen. Tschüss.